top thema heute bei update medien die nintendo switch gestern am freitag den 13 wurde sie offiziell vorgestellt was sie kann wie sie aussieht was es so für features gibt und natürlich für spiele das gibt es hier bei uns außerdem natürlich eine insolvenz und eine überraschung in sachen live übertragung ohne lizenz und damit sind nicht wir gemeint update medien geht los das muss man ja heutzutage selbst auch noch kommentieren dass das ist natürlich sagen wir mal nicht geradewegs um uns selbst geht herzlich willkommen zu update medien am heutigen samstag dem 14 januar 2017 die erste update medien sendung im neuen jahr ich hoffe sehr gut reingekommen den ganzen quatsch muss ich natürlich nicht noch mal erzielen bevor wir gleich zur nintendo switch kommen wird natürlich der erste part selbstverständlich wie immer aus normalen medienmeldungen dieser woche beginnen eine medienmeldung über die wir jetzt reden sie ist schon etwas älter aber ungefähr genau auch eine woche denn letzte woche vorletzte woche freitag wurde nämlich bekannt dass der technik sender tech time tv insolvent ist tech time tv kennen wahrscheinlich nicht viele ehemals dr disch tv früh ganz frühe 90ern als dr disch tv bekannt dann natürlich bis ich glaube miss mitte der jahre bis 2013 hieß er so beschäftigte sich mit dem satelliten empfang mit satellitenspionage halt und hat sich dann mit der umbenennung zu tech time tv weiterentwickelt home entertainment also sprich heimkino die set top box übers internet anschließen und 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 da gab es auch natürlich sehr viel ich sag mal dauerwerbesendungen natürlich die ganzen sponsoren und wahrscheinlich auch investoren die ihre produkte dort präsentieren konnten oder partner so gesagt und natürlich auch die bekanntesten sendungen wo man technische fragen stellen konnte rund um den satelliten empfang oder generell über den fernsehempfang aber auch technische fragen wie beispielsweise über den pc und das internet das gab es alles bei tech time tv nun wurde anfang des jahres bekannt der sender ist insolvent ein ein investor ist nämlich ausgestiegen das hat christian maas in einem interview bekannt gegeben der gründer und geschäftsführer von tech time tv eigentlich heißt die produktionsfirma immer noch dr disch tv und die und dieser investor ist so hieß es aus dem bericht ist aus privaten gründen ausgestiegen wahrscheinlich selbst eigene finanzielle probleme was natürlich auch dann dazu führte dass tech time tv quasi geradewegs dann wohl nicht gut ins neue jahr gestartet ist content neuer content den gibt es aktuell nicht denn man ist im moment auf investor suche und so wie es auch nach an nach neuesten berichten lautet sieht es auch sehr gut aus heißt es und das würde natürlich dafür auch bedeuten dass tech time tv den sende betrieb weiter führen könnte es ist ja im letzten jahr anders passiert mit anderen sendern vergleichbar natürlich joyce da ist ja sagen wir mal die insolvenz gerade weg so gekommen weil da ja mit dem investor was nicht klappt oder mit dem neuen inhaber bei nrw tv hat man keinen neuen investor gefunden was natürlich dazu geführt hat dass der sender sagen wir mal im internet als zombi sender weiter sendet und andere sender sind natürlich auch an der finanziellen schwelle natürlich auch gescheitert und das ist halt auch nicht immer wieder gut und kleinere sender haben es halt natürlich in deutschland geradewegs nicht leicht außer man findet natürlich eine gute idee um natürlich auch geld zu investieren ins programm oder halt auch nicht das ist halt natürlich die frage bei tech time tv muss ich mir eigentlich auch sagen das ist ein sehr gutes programm gewesen es gab natürlich sehr viele präsentationen von satellitenreceiver die natürlich als dauerwerbesendung auch ausgestattet wurden die sogenannten kauftipps also auch so eine art teleshopping müsste man sagen auch dauerwerbesendungen im normalen sind also normales teleshopping von den ganzen häusern wurde auch eingeblendet beziehungsweise auch gezeigt also da hatte tech time tv auch kein problem wer das jetzt genau ist was das für ein investor ist der ausgestiegen ist oder ein partner das wissen wir nicht das werden wir auch wahrscheinlich nie erfahren denn das wird bestimmt auch nie bekannt gegeben und naja man muss natürlich auch hoffen dass es irgendwann auch weitergehen wird die insolvenz ist sowieso gestellt worden am 2 januar also direkt im neuen jahr wurde diese insolvenz gestellt die chancen stehen gut heißt es was ich natürlich auch sehr hoffen will denn ich kenne jetzt tech time tv schon seit über zehn jahren schon also 2006 habe ich den sender irgendwann mal über über den hotbird satelliten bei meinen eltern meine eltern können ja auch hotbird gucken ich kann nur hier astra gucken den astra satelliten und irgendwann ist ja tech time tv beziehungsweise drdisch tv damals auf astra gewechselt sendete da dann auch nur ein programm man sendete sogar auch früher in englisch weil man auch eine große englischsprachige sagen wir mal community hatte ja glaube ich ja auch immer noch existiert aber durch den standort natürlich deutschsprachig sprich deutschland österreich schweiz hat man sich ja festgesetzt und trotzdem sendet man dann da halt auf deutsch weiter wäre wahrscheinlich auch wohl zu viel gewesen weil man hat auch im hintergrund immer wieder mal glaube ich den standort gewechselt mal hat man in anderen studios produzierten und hat man bei otto brunn bei münchen produziert und wie es natürlich jetzt weiter ausschauen wird das wird natürlich hoffentlich gut ausschauen aber trotzdem auch das astra signal wurde direkt abgeschaltet also solltet ihr tech time tv irgendwo auf eurem sender haben und da ist schwarzbild nicht wundern die satelliten satelliten signal wurde abgeschaltet dennoch der sender sendet aber nur wiederholungen sprich solange wie kein neuer investor gefunden wurde gibt es kein neues programm und wenn es nicht gut ausschaut ist der sender irgendwann weg also webseite und der stream im internet läuft noch denn letztes jahr hat ja tech time tv gesagt wir wollen uns nicht mehr aufs lineare fernsehen konzentrieren sondern eher mehr internetfernsehen da bietet man auch natürlich eine höhere auflösung wie beispielsweise hd was man natürlich über einen normalen astra satelliten halt auch dementsprechend viel geld kostet was ich ja dann natürlich auch nur sender leisten können die er sagen wir mal größer und auch mehr geld verdienen und da sind halt die kleineren sender halt nicht geradewegs darauf gut groß spezialisiert halt zu sagen hey wir produzieren in ad die einzige möglichkeit gab es internet so konnte man über linux receiver hin natürlich auch über andere receiver die übers internet angeschlossen war dann tech time tv klassisch über die set top box im fernsehen gucken was aber natürlich auch weiterhin noch möglich ist trotzdem klassisch wenn man kein wenn man eine normale set top box also einen normalen satelliten receiver besitzt set top box darf man nur sagen glaube ich wenn receiver internet fähig ist und meiner ist es geradewegs nicht so möchte ich das noch mal erwähnen kann man tech time tv dann auch weiterhin nun gucken aber halt natürlich wiederholungen denn neuer content wird aktuell nicht produziert wir hoffen natürlich für tech time tv und für das gesamte team rund um christian maas um den herrn dr disch das natürlich alles gut laufen wird denn es ist ein super tolles programm ich gucke alleine immer gerne die sendung wissen wo natürlich technische fragen rund um den satelliten satelliten fernsehen und natürlich alles drumherum immer gern beantwortet wird und da wollte ja auch der christian maas der doktor die scheiß quasi so wie dr sommer von der bravo halt auch glaube ich schon mal das wurde vor einigen jahren mal irgendwie erzählt ich glaube zur umbenennung dass man mehr in satelliten spionage wieder mehr macht und ich finde das auch natürlich sehr interessant man kann trotzdem auch noch auf dem tech time tv youtube channel da gibt es auch den youtube livestream weiterhin den sender gucken natürlich das wiederholungsprogramm selbstverständlich was glaube ich seit weihnachten läuft und natürlich auch alle ausgaben vom dr disch magazin hin bis it wissen oder halt dr disch wissen kann man sich halt dort noch mal angucken aber auch andere haben beispielsweise von tech time tv einiges oder damals noch dr disch tv viel hochgeladen sogar auch alte schinken aus den 90ern wo man damals glaube ich aus usingen gesendet hat von der deutschen telekom damals noch ja tolle sache ich hoffe wirklich es läuft sehr gut für tech time tv und ich hoffe dass man bald da was machen kann wenn ich möglich die möglichkeiten gehabt hätte oder haben würde würde ich den sender unterstützen aber wie ihr seht geht nicht deswegen hoffe ich natürlich und drückt den verantwortlichen die daumen wir kommen aber jetzt zu einem anderen thema wir bleiben quasi im internet kommen aber zum sportlichen teil über die handball wm berichten wir ja auch werden wir auch morgen bei update sport machen selbstverständlich deutschland ist da sehr gut rein gestartet das hat aber jetzt nichts hier mit zu tun denn es gab wochenlang immer wieder die diskussion wo kann ich die handball wm in frankreich gucken seit mittwoch läuft sie ist klar es steht auch schon fest wo aber ich will die vorgeschichte erzählen klar ist letztes jahr war es ein super jahr für das deutsche handball team rund um dago sigurdsson europameisterschaft urplötzlich gewonnen silber in silber war das ne silber oder bronze also eine medaille in rio geholt und direkt ist das handballfieber wieder ausgebrochen genau jetzt zehn jahre nach dem letzten wm titel konnte man sich wieder mal hoffnungen machen auf einen wm titel für die handball nationalmannschaft doch es gab probleme bei der rechte verteilung klar ist die kommende also die neue die nächste handball weltmeisterschaft sie wird definitiv im fernsehen gezeigt arde und zdf so weiß ich das aus informationen die ich irgendwo gelesen habe es können auch fake news sein wer weiß aber ich bin mir sicher es ist offiziell bestätigt werden von arde und zdf gezeigt das ist klar nur was ist mit dieser handball wm wo kann ich sie sehen es gab viele interessen sky ist beim letzten mal kurzfristig eingesprungen auch geradeweg so weil arde und zdf sich mit dem rechteinhaber b in sports eine tochterfirma von al jazeera im übrigen dem arabischen nachrichtensender sich nicht auf geld einigen konnte denn das hier spielt auch natürlich eine sehr wichtige rolle und nachdem wir jetzt auch natürlich wissen dass ja sich arde und zdf sich mit discovery über die sub lizenzen für die olympischen spiele sich nicht einigen konnte hat man natürlich gedacht oh gott das wird sowieso nichts und es wurde auch nichts arde und zdf zeigen diese handball wm nicht so andere sender ich glaube rtl und sat1 pro 7 sat1 hätten kein interesse daran gehabt wo dann hin im internet so es gibt die stream den streaming dienst das zone also dazn zeigt unter anderem die premier league ab nächster saison auch die bundesliga auch nichts gelaufen dann gab es sport deutschland tv gehört zu pro 7 sat 1 seit neuesten seit längerer zeit schon und auch nichts so und wo gucke ich sie jetzt genau bei der dkb was ist die dkw die dkw ist die deutsche kreditbank und langjähriger sponsor der deutschen handball des deutschen handball bundes ja es ist quasi eine notlösung muss man so sagen also dass die dkw überhaupt dass die streamen darf hängt auch davon ab dass die medienhüter geradewegs oder die medienwächter wie ich sie immer auch nennen oder die medienaufsicht mein auge zugedrückt haben weil es ja sagen wir mal eine brenzlige situation ist klar ich habe mich darüber auch aufgeregt weil du brauchst wenn du streamen willst im internet ist klar du brauchst eine sendelizenz also wenn du live streamen wird das ist bei games jetzt wenn wir auf unserem derchotv game streamer schauen ganz was anderes als wenn wir jetzt dieses format hier live im internet stream würden was wir ja nicht tun das ist ja eine live und tape aufzeichnung also sprich ich nehme auf ohne zu schneiden jede panne die mittendrin passieren kann oder wenn ich gestört werde oder sonstiges muss dann halt noch mal neu aufgezeichnet werden ich würde nämlich nicht noch mal ansetzen wo ich dann noch mal war dass ich mag das ungefähr nicht außerdem welche technik dafür nicht beziehungsweise die programme dafür nicht könnte ich mir holen tue ich aber nicht weil ich keinen bock drauf habe so das noch mal so als erklärung und im gegenzug ist es ja natürlich so dass ja auch das reine stream an sich also man findet was ab das ist wie ich das noch weiß ist das eigentlich noch in dem sinne noch erlaubt also beispielsweise jetzt irgendwie über was zu berichten oder generell also wenn ihr ihren stream unangekündigt macht also sprich so zwei sekunden vor bevor der stream startet zack da sind wir dann ist es natürlich eine gute sache anderenfalls ist es nämlich nicht erlaubt das geht schon unter rundfunk und bevor bedeutet eine rundfunk lizenz kosten um die fünf bis 10.000 euro im internet glaube ich oder sogar etwas weniger im internet ich weiß es nicht genau und für mich natürlich oder für der show tv auch unerschwinglich also bedeutet wir verdienen nicht so viel geld oder ich verdiene nicht so viel geld um natürlich dann mal zu sagen hey kommen wir holen uns eine sendelizenz dann ist endlich mal alles so wie wir es haben wollen ist leider nicht aber so mit youtube sind wir auch zufrieden wie wir das machen also ist auch kein problem wenn halt eine special sendung kommen soll dann wird sie halt irgendwie kommen wenn auch dann nur einen tag später klar ist natürlich die idee die dkb die deutsche kreditbank besitzt so eine sendelizenz nicht die medienhüter haben dann natürlich gesagt okay das ist ein bisschen faul da sendet jemand ohne irgendwie eine erlaubnis zu bekommen und außerdem beziehungsweise ohne sendelizenz beantragen zu wollen das ist jetzt auch mal so gesehen und man muss natürlich auch sagen das ist ja jetzt sagen wir mal eine notlösung gewesen weil wir wissen es geht schließlich am ende immer ums geld bei sport übertragungsrechten geht es immer ums geld scheiß egal ob es jetzt irgendwie was mit den olympischen spielen zu tun hat ob sie bundesliga ist oder ob es natürlich jetzt handball ist klar ist die nächste handball wm sie ist sicher sie wird sicher im fernsehen laufen klassisch natürlich im fernsehen aber diese handball wm hat auch natürlich wieder mal gezeigt dass das geld wieder mal eine große rolle spielen kann und dass beispielsweise sende anstalten wie ard und zdf nicht bereit sind noch ein bisschen mehr geld auf den tisch zu legen um zu sagen hey wie übertragen ist ja problem natürlich war auch in diesem sinne für b in sports für den rechteinhaber der tochterfirma von al jazeera dass ja die sender geradewegs die europäischen sender also die deutschen sender in europa deutschland frei empfangbar für alle sind also wenn ich in den niederlanden bin und eine schüssel habe mit astra 19,2 grad aus kann ich rtl in deutschland gucken beziehungsweise auch ard und zdf das ist wie ein sport eine dorn im auge gewesen was natürlich hieß nene exklusiv für deutschland sky hat sich ja dann bei der letzten wm ich glaube dies zwei jahre her sich dafür dann entschieden und gesagt okay wir übertragen kurzfristig aber nur im internet die dkb macht das ja auch jetzt so so kommt unter anderem youtube als technischer partner hinzu was natürlich auch einfacher ist sagen wir mal ein riegel vorzuschieben für die die nicht in deutschland leben also ihr wollt die handball wm gucken lebt aber nicht in deutschland und wollt die deutschen spiele gucken bei der dkb das könnt ihr entweder auf ich glaube handball punkte dkb.de glaube ich aber sonst auch natürlich auf dem youtube channel der deutschen kreditbank das auch noch mal so gesagt also da gab es gestern alleine eine halbe millionen zuschauer was natürlich auch sehr toll war muss ich sagen also respekt an die dkb trotzdem es gab gestern beim deutschland spiel gegen ungarn technische probleme ich glaube 15 minuten lang war nämlich die ländersperre angeblich drin wahrscheinlich aber auch nur ein technisches problem von youtube aus weil anscheinend wenn deutschland ich rechne damit wenn deutschland ins finale kommt und es wollen alle sehen ich bin mir sicher die youtube server in deutschland die werden ausrasten und über überlasten bedeutet wie unter anderem für die rocket beans die ihren fernsehsender rocket beans tv auf youtube haben bedeutet dass das der stream wirklich überlasten könnte und nicht mehr anguckbar ist also nicht wegen dem programm sondern wegen wegen der leistung des streams von youtube somit hat da haben dann die beans eigentlich damit nicht so viel zu tun wenn es bei den legt also es liegt es liegt meistens es liegt meistens an youtube dann das muss man auch noch mal sagen aber ich wollte jetzt nicht unbedingt darauf rankommen und sagen ja es regt mich auf dass so eine notlösung ist klar ist bei uns hier bei der tv ich würde auch gerne live stream das problem ist wie schon gesagt viele beschweren sich wie ich das hier alles mache und alles aber ich möchte darauf nicht eingehen was einfach nur so ist es ist eine sagen wir mal eine sonderausnahme gewesen was auch die kek gesagt hat die kommission oder die zack glaube ich ich weiß jetzt schon nicht mehr wer das war dass sie natürlich gesagt haben das werden wir natürlich machen generell wollte ich auch darauf aufmerksam machen denkt bitte daran natürlich der youtube stream von also müsst den youtube channel natürlich von der dkb oder halt natürlich auf der handball punkt dkb.de glaube ich könnte da natürlich dann alle spiele sehen mit einer ausnahme das eröffnungsspiel sowie die deutschen spiele aber auch die spiele der halb finden deshalb finales sowie des finales sind mit deutschen kommentatoren zwei von sport 1 sind es unter anderem wir werden dann das ganze kommentieren so steht es fest alleine deswegen hat auch die haben die landesmedienanstalten auch sagen wir mal ein bisschen gehör gehabt wie bitte deutsche kommentatoren und sonst die restlichen streams werden mit englischen kommentatoren wenn sie wenn sogar glaube ich sogar ohne kommentatoren laufen aber ich glaube wohl eher nur mit englischen kommentatoren falls ich mir jetzt irgendwie nicht einen wurm gelabert habe naja was haltet ihr davon auch wenn jetzt die nächste handball wm die ihr dann in zwei jahren kommen wird wenigstens in sicherer hand ist nämlich bei ard und ztf was haltet ihr davon sollte man wirklich den rechte inhabern also wie bien sports beispielsweise klar machen dafür werden unsere sender nicht verschlüsseln weil so schließlich gesehen gab es ja mal die diskussion und da reiße ich ein anderes fass auf nämlich die dolphin plattform viele von euch werden das nicht kennen da muss ich wirklich ein ordentliches fass aufreißen denn 2007 also vor ungefähr zehn elf jahren wurde nämlich beschlossen weil ja wenn ihr in europa seid beziehungsweise satz in satellitensatellitenanlage habt ihr guckt fernsehen überschlüssel über digitale satellit dann merkt ihr natürlich diverse programme sind geradewegs verschlüsselt vorwiegend die europäischen senden also beispielsweise in niederlande und frankreich und natürlich auch österreich wie beispielsweise oaf 1 2 3 und natürlich auch atv und puls 4 sind verschlüsselt es liegt wegen den rechten weil da muss man mehr drauf blättern jetzt muss man auch sich nicht wundern warum das ganze ist aber die deutschen sender haben sich quer gestellt und natürlich eine grundverschlüsselung eine sogenannte grundverschlüsselung über satellit einzuführen man müsste neue receiver kaufen bzw receiver aufrüsten mit ci schachten man müsste dann halt wie bei hd plus halt eine jährliche gebühr oder eine monatliche gebühr zahlen also es ist schon etwas anders als sonst aber ich bin mir sicher wenn die sd sender wegfallen sollten und hd plus halt nicht anders sein wird wenn nur noch hd gesendet wird dann wird es wahrscheinlich so sein dass man dann auch wohl sich überlegt auch ein bisschen mehr geld für solche rechte auf den tisch zu legen aber kleinere sender die halt wie schon gesagt nicht in hd senden können die haben damit dann probleme aber das ist dann wieder ein anderes thema eure meinung dazu gerne in die kommentare was ihr davon hält dass die dkb das ganze überträgt oder sagt man einfach welche also im sinnvollsten gesehen wer hätte es sonst noch übertragen können außer sky ja rtl pro 7 sagt ok pro 7 1 wäre auch raus gewesen ja da würde ich gerne mal eure kommentare dazu hören wir kommen aber jetzt gleich zur nintendo switch denn ich habe jetzt ein bisschen zu viel geredet und ich will jetzt nicht hier das was bei der nintendo switch präsentiert wurde einfach nur runter runter rattern gleich die nintendo switch jetzt kommen wir aber erstmal zu den news der woche und das sind meistens nur gaming news aber wir beginnen mit einer fernsehnews und mit einer wahrscheinlich revolution so kann man das sagen denn die rocket beans sind für den deutschen fernsehpreis 2017 in der kategorie beste persönliche leistung und moderation unterhaltung nominiert so sind unter anderem ja die vier beans simon kretschmann daniel budiman etienne gardien und nils bomhoff natürlich für die generation bei ihrem web sender nominiert andernfalls auch nils bomhoff nebenbei auch noch fürs nitro auto quartett er das ja auch noch auf rtl nitro moderiert in weitere nominierten in der kategorie sind janine michael sind für die sendungen teamwork pony hof und die beste show der welt pony hof läuft glaube ich beim comedy sender tnt comedy teamwork und die beste show der welt auf pro 7 und elton ist auch nominiert für 12 oder 3 der deutsche fernsehpreis wird am 2. februar an den düsseldorfer rhein terrassen verliehen ganz im ausschluss einer großen live übertragung wie so eine art pressefest oder irgendwie sowas und weitere nominierten die beispielsweise aus dem bereich information und sport und andere kategorie unterhaltungskategorien gibt es auf der tv zu lesen erste gaming news des heutigen dieser woche pokémon sonne und mond hat sein erstes update bekommen das findet ihr im nintendo e-shop ihr könnt natürlich unter anderem falls es so nicht findet in der suchleiste pokémon sonne oder mond update erhalten dass die version 1.1 behebt verschiedene fehler beispielsweise auch glitsches bei z attacken so werden auch im kampfbaum einem einem tutorial nicht ein tutorial einem bereich wo man ja halt natürlich viel kämpfen kann auch attacken und kämpfe geändert und wie schon gesagt das update findet ihr im nintendo e-shop ist 296 blöcke groß also müsst ihr nicht drum weinen so gesehen und sony bringt eine schöne neue playstation raus nicht in playstation 5 sondern weiterhin die playstation 4 slim diesmal in weiß in europa wird es die geben schon in zwei wochen am 24 januar besser gesagt in zehn tagen wird sie zu sehen zu bekommen sein ihr könnt sie unter anderem bei amazon aber auch bei anderen online märkten und natürlich auch vor ort bestimmt irgendwo vorbestellen sie verfügt über einen 500 gb speicherplatz und kommt auch natürlich mit einem weißen controller ja 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 also wer eine playstation 4 slim haben will der soll sie sich holen so kann man das sehen habt ihr ja noch natürlich gesehen das war's von den news der woche mehr news der show tv de so und jetzt kommen wir zu unserem zweiten teil dieser sendung wofür ich theoretisch gesehen noch acht minuten zeit habe aber wir werden nehmen uns ein bisschen mehr zeit ja freitagmorgen 5 uhr unserer zeit diese gestern den 13. wurde endlich die katze aus dem sack gelassen da sagen wir mal eher die controller aus der verpackung geholt und gar nicht gezockt aber es wurde gezeigt so kann man das sagen die nintendo switch sie wurde präsentiert offiziell in tokyo am freitagnachmittag glaube ich oder freitagabend ich glaube er freitag nachmittag und obwohl freitagabend er und es wurde viel bekannt und sehr viel auch über diese konsole wurde auch schon in den wochen vorher spekuliert was bringt sie was was wird neues passieren und so weiter es ist so natürlich zu sehen dass die switch eine besondere konsole eigentlich so ist man weiß man hat drei verschiedene möglichkeiten mit dieser konsole spielen zu können ganz normal klassisch über den fernseher natürlich auch das möchte ich noch mal sagen als handheld sieht man jetzt mal hier links und rechts zu den konfarbigen joycons komme ich gleich auch noch die hierzu heißen und natürlich auch im tablet mode könnte man sagen das sieht dann so aus die joycons die hier in blau und in rot sind gibt es separat dazu klassisch kriegt man sie in grau und die switch erscheint am dritten märz 2017 also im märz wie es ja schon gesagt wurde man hat jetzt damit gerechnet ja ende märz oder so ne anfang märz direkt schon also keine zwei monate mehr dann ist die switch da kosten soll sie in amerika unter anderem in also in den usa soll sie 299 dollar also ungefähr auch den preis 300 euro in amerika in amerika in europa aber ja habe ich die info von indica de dass sie unter anderem bei amazon und mediamarkt in frankreich für 349 euro zu geben sein wird bei amazon in deutschland wird sie für 329 euro verkauft die spiele werden ungefähr zwischen ich glaube 50 60 70 euro kosten und auch der release titel ist bekannt den ich gleich auch natürlich erzähle aber ich möchte wie schon gesagt natürlich erst mal auch was zur konsole an sich sagen man weiß man kann mit drei verschiedenen möglichkeiten natürlich die konsole spielen im tv modus also sprich ganz normal über den fernseher klassisch da seht ihr dann natürlich auch links die docking station und die konsole an sich ist nur der bildschirm da zeige ich euch gleich auch noch mal ein schönes bild was ich gefunden habe wo dann natürlich alles ist klar ist auch selbstverständlich können im handheld modus spielen dazu müsst ihr dann über den in den controller dann die kleinen konnten die konsole befestigen und dann an die konsole befestigen die haben auch glaube ich so wie bei der wii halt bewegungssteuerung amibu unterstützung hat es ebenfalls es gibt ein share button also bedeutet ihr könnt beispielsweise bilder oder sogar auch noch spiele online natürlich zeigen und so weiter und so fort und auch mit infrarot sensor kann der controller beispielsweise gesten erkennen wie beispielsweise schere stein papier also rock paper scissors könnte man sagen außerdem gibt es eine besondere rumble funktion die genau die die dich genau dinge fühlen lässt also in der präsentation die ich mir dann am freitag also gestern morgen noch mal angeguckt habe da war dann schön mit glas eis also klung klung das war recht lustig aus außerdem die funktion wird hd rumble heißen gehört zu den besonderen features dieser konsole und man kann natürlich auch weitere controller kaufen aber da kommt jetzt das aber wird recht teuer ein paar kostet nämlich 90 euro ein einzelner controller kostet 50 euro also auch der pro controller den ich jetzt leider hier nicht im bild gefunden habe bzw generell der auch fast wie so ein wii controller also wie ein wii controller aussieht da gibt es natürlich auch weitere möglichkeiten aber beispielsweise diese zwei joycons die dort sieht die kosten dann 50 bzw einer von den 50 oder 90 euro wenn ihr sagt ja okay ich möchte die nicht unbedingt im blauen rot haben grau reicht mir dann halt in grau neu wird sein dass die das natürlich die online der online modus also der online dienst kostenpflichtig wird der wird jetzt erstmal ein halbes jahr also wenn die switch erscheint anfang märz wird die dieser online modus also dann damit ihr online spielen könnt ihr könnt im übrigen mit bis zu acht switch konsolen euch miteinander verbinden über wifi selbstverständlich und das wird erst mal bis zum bis zum herbst dieses jahres kostenlos sein danach kostenpflichtig preise und was es dann natürlich dazu gibt habe ich noch nicht gefunden auf twitter bei mir wurde beispielsweise sehr viel diskutiert dass es sogar dazu eine ein nes beziehungsweise ein snes also ein klassisch ein classic game oder ein virtual console geht kann man sagen kostenlos also jedes mal monatlich dazu geben wird je nachdem wie viel man glaube ich das machen wird das wird danach natürlich wie schon gesagt so eine art abo modell sein was man schon von playstation mit playstation plus und mit xbox mit xbox gold oder wie heißt es xbox gold glaube ich weiß gar nicht xbox live war das genau xbox live dann auch natürlich holen könnt und klar ist natürlich man kriegt nes oder snes aus dem nintendo katalog wie das ganze natürlich ausschauen wird das hat nintendo noch nicht bekannt gegeben wahrscheinlich so zwei drei monate bestimmt auf der gamescom wahrscheinlich auf der e3 wird man das natürlich auch sagen wir mal so präsentieren können und das ist natürlich dann auch ja wenn wir sehen ob es dann natürlich viele nutzen wird also wenn man online spielen will mit den anderen muss man das halt natürlich nutzen sonst halt irgendwie andere finden die dann halt natürlich dann dabei sind kommen wir zu den spielen launch titel wird das neue zelda sein the breath of wild was ebenfalls am dritten märz erscheint das kam zu guter letzt also wirklich man hat so gedacht moment mal es wurde doch noch ein neues zelda angekündigt und dann kam es zum guten schluss und dann wurde das wurde der titel mars 2017 bekannt gegeben aber es sind noch viele andere spiele es wird zum beispiel ein neues super mario geben es heißt super mario odyssey kommt erst ende des jahres raus also kein launch titel dann gibt es ein neues mario kart 8 mal neues mario kart mario kart 8 deluxe kommt im april 2017 dann raus also ein monat nachdem dann die console draußen ist auch gibt es kleinere mini spiele wie one to switch das sind so kleinere mini spiele wo man mit den joy cons dann halt entweder kühe melken kann oder halt natürlich so ein duell machen kann wie im wilden westen und vieles mehr auch ein tolles spiel dann gibt es auch arms das kommt auch im frühjahr 2017 raus dann gibt es auch natürlich skyrim the elder scrolls 5 ja skyrim kommt im herbst raus auch ein neues fifa wird es geben oder der fifa wahrscheinlich dann auch für die nintendo switch und natürlich dann auch just dance wird am anfang heraus kommen es wird ein lego city an der cover geben es wird den landwirtschaftssimulator sogar für die switch geben aber auch bekannte klassiker die sonst in der konkurrenz zu mario war nämlich sonic unter anderem sonic mania ist für das frühjahr 2017 angekündigt worden quasi so ein neues sonic mit retro like so kann man das sagen außerdem natürlich dann auch ein neues splatoon splatoon 2 soll im sommer raus kommen wahrscheinlich sehen wir mehr davon auf der e3 beziehungsweise auf der gamescom und natürlich auch street fighter super street fighter to the final challenges da ist aber auch noch dass der titel also der release noch unbekannt und vieles vieles mehr außerdem natürlich ein neues sonic neben sonic mania auch project sonic 2017 das soll in diesem jahr auch noch rauskommen wann genau ist unbekannt also viele titel die beispielsweise schon auf den anderen konsolen wie playstation 4 und xbox one schon rausgekommen sind kommen nun für die switch raus viele denken einfach nur das ist die switch ist einfach nur für portierte importierte spiele also ältere spiele für halt eine neue konsole oder so also man weiß jetzt auch bestimmt genau es wird ja auch nba 2k 18 das kommt ja jetzt natürlich dann raus und auch fifa 17 wird es dann fifa 18 dann besser gesagt wird es dann auch natürlich für die switch geben also da sind viele viele neue spiele dabei es werden dann natürlich dragon quest 10 und 11 raus kommen und auch dragon quest heroes 1 und 2 also da ist natürlich auch eine menge dabei wo man sich über freuen kann also wenn ich das hier jetzt schon sehe ich habe da auch den link in der video beschreibung gesetzt es geht so giga sieht man auch minecraft unter anderem kommt auch für die switch raus also es gab eine version jetzt gibt es eine switch version die soll dieses jahr noch rauskommen wann genau ist unbekannt kann wahrscheinlich sogar ist 2018 sein aber das werden wir irgendwie wahrscheinlich nicht geradewegs so schnell erfahren aber es ist etwas ganz besonderes meiner meinung nach würde ich mir die switch gerne kaufen aber ich habe den nötigen fernseher nicht dazu denn man kann auch natürlich endlich in hd spielen wieder genau da die hd möglichkeit ausschaut da habe ich gestern game 2 geguckt ich glaube wenn man auf dem tablet spielt ich glaube 720p und wenn man auf dem oder sogar weniger ich weiß es nicht also so dass es ein bisschen nach hd aussieht auch wegen der akkuleistung da wollte ich jetzt auch noch mal drauf kommen denn wenn man beispielsweise zelda spielt the breath of white of the white entschuldigung dann ist die akkudauer von jetzt muss ich kurz nachschauen das stand doch hier habe ich doch gelesen ja hier steht es soll bis bis zu drei stunden sein aber insgesamt soll der akku zwei bis sechs stunden halten wenn man unterwegs ist also wenn ihr beispielsweise zwei stunden mit dem zug unterwegs seid dann könnte wenigstens dann die switch mitnehmen und sagen hey dann spiele ich dann halt damit das ist doch auch mal geiler scheiß so könnte man das ungefähr sagen zu was ich jetzt noch kommen wollte ist wie schon gesagt die konsole an sich denn da habe ich auch noch was gefunden und zwar sieht man hier den front und back natürlich jetzt hat man sich auch die frage gestellt wie kommen denn die spiele drauf muss ich sie mir runterladen oder muss ich sie mir im laden kaufen oder bestellen ganz normal bestellen aber als game card sprich ungefähr wie beim nintendo 3ds und früher halt bei den anderen konsolen denn nintendo hat ja auch gesagt die switch verbindet oder ist quasi eine entwicklung aller konsolen vom vom farme kommen bis zur wii also da ein stückchen hier ein stückchen davon das soll dann die switch sein man sieht deutlich es gibt ein sd micro sd kartenslot also 32 gigabyte interner speicher sind sowieso verfügbar es gibt ein touchscreen es gibt ja viele möglichkeiten das ganze zu machen es gibt ein game card audio jack gibt es den power button volume button sieht man natürlich auch usb c anschluss ist natürlich möglich also eine power bank könnte natürlich gut funktioniert also ich glaube ungefähr wie beim smartphone der anschluss ich glaube das auch usb 10 korrigiert mich bitte wenn es beim smartphone nicht so ist außerdem wie schon gesagt da gibt es dann auch die möglichkeit eine power bank anzuschließen und dann könnt ihr auch natürlich zocken bis ihr tot umfall oder bis euch die augen rausfallen das dann auch noch mal so grob erklärt ja und irgendwann werden wir dann auch mal was von der switch sehen beziehungsweise gesehen hat man ja was es gab ja dann zum anlass der präsentation auch in frankfurt und in vielen anderen städten auf der welt wie in tokio glaube ich und in new york ja auch die möglichkeit dort zu spielen ich hatte sie leider nicht denn ich habe mich nicht bemüht ganz einfach irgendwann komme ich noch dazu werde die switch spielen und bin dann wirklich begeistert kann ich dann natürlich sagen ja soviel dann auch zu nintendo switch und wir sind auch schon langsam am ende dieser sendung ein bisschen internes wollte ich noch was erzählen was natürlich dann auch hier reinkommen sollte denn es ging unter anderem um unsere zwei neuen let's place pokémon perl und pokémon 8 pokémon perl und pokémon pokémon perl und sims 3 die laufen jetzt seit dieser woche oder seit der abgelaufenen oder jetzt abgelaufenen woche laufen sie ja jetzt bei pokémon perl gab es ein problem und zwar nämlich ein rechtliches problem hat da fast ein richtig ärger gekriegt was natürlich die gefährdung dieses youtube channels wurde dieses video glaube ich sieht ein bisschen da war denn das intro von pokémon perl und diamant generell wurde gesperrt ja das video wurde gesperrt nach einer gewissen zeit so nach fünf minuten ich musste das intro dann rausschneiden habe natürlich die befürchtung dass andere musikstücke im spiel eventuell auch die gefahr bestehen dass das video gesperrt wird ich kann es nicht garantieren also sagen wir es mal so wir wollen natürlich jetzt erstmal hoffen also generell ich habe das ja immer so gemacht die erste und die letzte folge wird immer das intro folge zeigt das wird jetzt bei diesem oder ab jetzt nicht mehr so sein also das bedeutet bei wenn es bei schwarz und weiß oder gold 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 silver ebenfalls so sein sollte dann wird das halt nicht mehr passieren das wird wenn schon stumpf nur dass der titelbildschirm gezeigt und das war es halt bei der ersten folge wenn auch bei der letzten so muss ich das mal sagen sonst möchte ich sagen bei sims 3 gibt es da keine probleme halt also da ist alles in ordnung nur halt bei pokémon da war ich mir nicht so sicher deswegen dann natürlich mit vorbehaltener hand da natürlich gesagt wird sollte es wirklich bei der zweiten folge auch noch mal probleme geben und bei der dritten ebenfalls wird wahrscheinlich dieses let's play abgebrochen also nach zwei folgen let's play abzubrechen nur wegen rechtlicher probleme das finde ich schon ein bisschen schade und für einen kleineren youtuber wie mir der das auch nur sagen wir mal so nebenbei noch macht das ist schon recht bitter also wenn ich mir so die großen youtuber angucke die natürlich sagen wir mal mit nintendo glaube ich gut auf freundschaft machen aber wissen die wollen einfach auch nur ihr geld dann ist das schon auch eine kleine unverschämtheit weil ich weiß auch nicht was ich da sagen soll ich bin da jetzt sagen wir mal auch nicht so skeptisch drüber und schiebe jetzt auch keine panik sollte es wirklich dazu kommen dass folge zwei direkt nach dem upload auch gesperrt wird wird das let's play halt abgebrochen ist wird dann am nächsten montag dann ein anderes let's play laufen wahrscheinlich minecraft wahrscheinlich der zwei ich weiß es nicht ich habe viele spiele im portfolio hängt auch davon ab ob es euch dann auch gefällt aber ich sehe die erste folge von pokémon ist gut angekommen bei sims 3 da braucht es noch ein bisschen aber das kriegen wir dann auch schon irgendwie hin weswegen ich mich dann auch über diese sache freue sonst generell möchte ich auch sagen wir sind laufe der feiertage also im lauf unserer winterpause sehr viele abonnenten dazu gekommen ich danke euch sehr viel sehr gerne dafür vielleicht einfach nur um zu gucken ist der typ scheiße oder nicht wie es viele sagen macht euch selbst davon ein bild und sonst möchte ich auch einfach nur sagen wir haben besseres licht anders mikrofon weil natürlich durch die softbox das rauschen ist die mikrofone sind halt geradewegs keine teuren stücke sondern billig teile und für die die sich auch schon seit jahren fragen warum habe ich kopfhörer drin es liegt einfach daran wenn ich habe das mikrofon dauer geöffnet wenn ihr nämlich ich kann jetzt auch ich habe auch keinen bock immer wieder nur die die intro musik leise zu machen damit ich sie nicht höre damit ich ja so ungefähr dann auch weiß wie weit ich dann mit videos beispielsweise gehe sollte ich sie mal hier zeigen oder auch nicht je nachdem wie ich das mache weswegen ihr dann das intro ja so hört würde würde ich die kopfhörer nicht tragen heute das intro doppelt und das würde euch komplett irritieren und sagen hey was hast du da gemacht weswegen ich das dann auch ausschalte und den ton halt nicht ausstellen will und auch nicht immer raus und rein stecke irgendwann nehme ich dann außerdem falsches kabel und dann ist eventuell der ton weg oder das bild ist weg was ich dann auch nicht will aber generell ihr seht es ist etwas besser geworden wir haben deutlich besseres licht wir haben ja etwas anderen tun wahrscheinlich aber es geht voran ja 2017 ist gerade erst gestartet und der tv es geht wieder stahl nach oben dafür möchte ich mich natürlich auch noch mal sehr bedanken nicht nur an euch da draußen an die abonnenten an die fans sondern auch an die die an dieses projekt glauben an die die auch noch daran ein bisschen arbeiten sei es die news die webseite mit news zu füllen oder halt natürlich sonstige leute die sagen mach mal so oder mach mal so je nachdem ich finde es cool dass ihr dieses projekt unterstützt es ist was anderes als die anderen jedes projekt jede jede sache auf youtube ist anders also ich muss ja jetzt nicht sagen wir mal noch mal 20 minuten darüber reden so damit haben wir jetzt auch die sendung deutlich mit fast zehn minuten überziehung überschlagen ich hoffe ihr seid mit gekommen alles weitere unten in der video beschreibung und morgen gibt es update sport natürlich mit der handball wm dann aber mit den spielen der handball wäre in deutschland unter anderem natürlich am wichtigsten transfermarkt und natürlich auch die mega wm die ab 2026 kommt ich würde mich freuen wenn ihr da auch natürlich gerne auch euren senf dazu geben könnte ich verabschiede mich wir sehen uns morgen wieder bei update sport und sonst bis nächste woche bei update medien oder bis dahin tschüss